Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Remscheid Innenstadt. Das im Jahr 1972 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 75 m². Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 119.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Die Wohnfläche der Wohnung beläuft sich um die Ab Wi-Fi. Bis zum nächsten Mal.